Möp, 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 Platzer, jetzt komm ich. Ux, ich fürchte, ich bin total heiß gelaufen. Und jetzt springt mein Motor einfach nicht mehr an. Wie soll ich denn jetzt die Autos meiner Kunden reparieren? Das klingt ja so, als hättest du ein Problem. Ja, Problem könnte ganz gut hinkommen. In jedem Fall ist da, habe ich mir so gedacht. Vielleicht könntet ihr mir helfen. Meine ganze Werkstatt ist voll mit Spielen. Wollt ihr nicht für mich freispielen? Das würde auch meinen Arbeitsrhythmus verbessern. Dein Rhythmus? Ja, der soll ja extrem wichtig sein. Klar, wir helfen doch gerne. Danke ihr zwei, dann läuft auch mein Motor bald wieder rund. Kein Problem, dann geben wir jetzt mal Gas. Wurum, rum! Oh je, ich meine, dann fangen wir mal an. Ja, und damit seid gegrüßt, Freunde der Musik und Freunde des Rhythmus. Auf geht's zum ersten Rhythmus-Up-Hunk. So heißt unser erstes Minispiel heute. Auf geht's. In A-Spiel, hier muss man nur mit der A-Taste drücken. Wie in den letzten Spielen. Hallo, bist du bereit für einen Einsatz mit der Pinzette? Zupfe die Haare mit A oder dem Steuerkreuz im Rhythmus aus. Zack, 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 zack. Ja, das ist erstmal die Übung. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Lief doch perfekt. Fantastisch, du hast Pflück, Kindchen. Okay. Versuch's aber zur Sicherheit gleich noch einmal. Zack, 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 zack. Ach so, ein anderer Rhythmus. Zack, 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 zack. Und das soll mich davon abhalten? Ich habe genug gesehen. Auch diese haarige Übung hast du total toll gemeistert. Und jetzt wird's ernst. Enttäusch mich nicht. Okay. Ich bin bereit. Oh, zur Musik. Dang, 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 tschack. Dang, 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 tschack. Tak, dang, dang, dschack. Gang, dang, gung, dschack. Gang, dang, dschack, dschack. das war eine sekunde meine ich aufmerksam dann passiert sowas fast super aber nur ok zwei münzen bekomme ich dazu wieso wachsen meine zwiebeln haare ich habe alle werkzeuge jetzt wird alles wieder gut mit denen kann ich sogar kaputte kaputte kopfhörer scheinen ja recht spezielle spezialwerkzeuge zu sein chorknaben heißt das nächste münn spiel los gehts A drücken um die klappe zu halten sie muss A drücken um die ganze Zeit A drücken ist das geil hat schon begonnen darf A nicht mehr loslassen außer den momenten wo ich sie loslassen soll ach das bin ich da steht du drunter jetzt erst bemerkt perfekt ach komm komm das zählt was soll denn das naja perfekt geschafft kannst du auch das hier A drücken um die klappe zu halten ja ich hätte ja schon die klappe auch ja ich bekomme es wirklich nicht hin Na ja. Ja, wenn das mal was werden soll. Oh, beginnt ganz gut. Ich spüre den Rhythmus. Mehr oder weniger. Na ja. So lala. Na ja. 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 ok ja ich hab's ja verstanden aber ich krieg's nicht hin noch einmal naja das wird lustig sehr schön mit dieser form sind sie reif für die großen ring ob ich wirklich reif für die großen ring bin glaube nicht aber gut wir versuchen es mal ach so hab ich verpennt quatschen die festen und mach ja Okay, ja, mittelstark. Danach ist meine A-Taste kaputt. Die ramme ich gerade in den Tisch. Komm, muss man ja schlafen. Ja, komm. Ja, danke. Gerade so bestanden. Zum Teil war das Ganze okay. Drücken wir alles zu, was wir haben. Der Junge hat echt Potenzial. So, letzte Prüfung in diesem Tag. Ah, noch ein Werkzeug. Das ist ja wie im Himmel. Wie im Himmel. Dann ist es sicher nicht mehr so weit. Vielleicht kannst du uns ja sogar ein Stück mitnehmen. So war das nicht gemeint. Ich kann nicht mal den Weg. Nicht mehr weit. Wir sind gerade nach der zweiten Tür. Also, ich weiß zwar nicht, wie viel es noch gibt, aber bestimmt noch etwas mehr. Obstkörper ist die letzte Herausforderung heute. Oh, ein Stillleben und ein Baseball. Ein Basketball. Finde den Basketball. Komm, wir spielen Basketball mit Obst. Basketball. Drücke A, wenn die Frucht genau über deinem Gesicht ist. One, two, three, four. Da, 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 da. Okay. Da. 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 Okay, ich sehe da kein Problem drin, aber gut. Sieht klasse aus. Und jetzt versuchen wir es mit Zitronen. Ach ja, da ist der Haken. Bleib im Takt, sonst verpasst du sie. One, two, three, four. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das Wahnsinnsproblem, sollte ich hinkriegen. Einigermaßen. Hey, du bist ja ein echtes Naturtalent. Na, genau so weiter. Und mach genau so weiter und wir können loslegen. Los geht's. Ich bin bereit. Bist du bereit? Naja, scheinbar war ich nicht bereit. Auch noch Musik im Hintergrund. Oh, weia. Ich sag, das ist ein Musikbier. Ein Skateboard. Ein Longboard ist es nicht. Ah, konzentrier dich, Junge. Nicht laubern. Konzentrieren. Das könnte eng werden. Und doch mal öfters mit Äpfeln. Zum Teil war das hier ganz offen. Okay, wieder habe ich gerade so meinen Hals gebettet. Okay, knapp war's. Das war heute ein bisschen Schummelpart. Das hat echt Spaß gemacht. Jo, das hat echt Spaß gemacht. Weiter geht's im nächsten Part, würde ich sagen. Jetzt kann ich in die Werkstatt wieder öffnen. Jetzt kann ich die Werkstatt wieder öffnen. Dank eurer Hilfe. Ihr habt alles geschafft. Da öffne ich euch doch gerne mal die Tür. Ja, aber durch die geht es erst im nächsten Part saubere Arbeit. Und ich war mir bis jetzt erst zuletzt nicht sicher, ob ich das tatsächlich packt. Aber mit so viel Rhythmus muss es ja rundlaufen. Das war echt eine ganz fantastische Leistung. Kommt wieder hier vorbei, wenn ihr mal ein Rhythmusinspektor braucht. Vielen Dank, Chef. Hey, ich bin doch, ich habe doch gesagt, ich bin nicht der Chef. So, dann, wie immer, ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, die vier Herausforderungen, die vier Levels in diesem Part wieder zu sehen. Und mich beim Zwiebelknipsen, beim Singen, beim Klapphalten zu sehen, beim Boxen und beim Obst mit dem Gesicht in den Körbe werfen. Zu sehen, ja, Abo da lassen, falls ihr neu dabei sein solltet und ja kein weiteres Rhythmus Paradise Megamix Part verpassen wollt, dann würde ich mal sagen, weiter auf der Himmelsleiter geht es in Part 3. Und bis dahin habt eine angenehme, klausliche Zeit und ja, man sieht sich, haut rein. Bis dahin habt eine angenehme, klausliche Zeit und ja, man sieht sich, haut rein. Und bis dahin habt eine angenehme, klausliche Zeit und ja, man sieht sich, haut rein.